Liebe Alec, ich möchte dir von ganzem Herzen danken, weil das, was du für mich gemacht hast, war eine unfassbar großartige Bereicherung. Es war das erste Face Reading, das ich erleben durfte und es war wirklich ein wahres Erlebnis. Ich habe schon viele großartige Sachen gemacht und mir sind wunderbare Menschen, vor allem tolle Frauen begegnet, die über verschiedene Techniken und Möglichkeiten mein Wesen erspürt haben. Und eins der ganz großen Highlights war die Erfahrung mit dir. Face Reading ist unfassbar spannend, aber vor allen Dingen ist es auch nicht nur deine ganze Expertise, dein Wissen, deine Kompetenz, die so riesengroß ist aufgrund dieses Erfahrungsschatzes von so vielen Jahren, in denen du es schon lange so intuitiv auch getan hast, sondern darüber hinaus deine ganze Art, dein Wesen, deine Kraft, deine Power, deine Energie, deine Liebe, mit der du das tust. Für mich ist so offenbar, dass dieses Geschenk in die Welt will und ich bin so dankbar, dass ich das erleben durfte. Du hast mich erspürt, du hast ganz viel erkannt, du hast mir wahnsinnig geholfen mit dieser Analyse, du hast einen Feuer in Gang gesetzt, du hast Energien gelöst, du hast mir Dinge erklärt, ich habe Sachen verstanden, Puzzleteile haben sich zusammengefügt. Es war hilfreich, es war super spannend, es war wunderschön und ich bin so dankbar für diese Begegnung, diese Kommunikation, die Erkenntnis und den Moment an sich. Also tausend Dank, wunderschön, ich kann es nur jedem empfehlen und ich empfehle dich, allen meinen besten Freundinnen und Bekannten voller Überzeugung, weil das, was du tust, zur Essenz bringt, zur Seele führt und wirklich auch eine klare Analyse ist, die so nachvollziehbar ist und die so stimmig ist zu dem, was ich bisher erlebt habe und eine perfekte Unterstützung für Planung, für die Ausrichtung, für die Zukunft, für das ganze Sein und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Du bist wirklich großartig, ein großes Geschenk und eine unfassbare Bereicherung in meinem Leben. Tausend Dank.